herzlichen willkommen und hier sind wir auch schon wieder zu Let's Play Soma und wir wissen eigentlich immer noch nicht genau was wir jetzt tun sollen probier die anderen es funktioniert nicht was willst du mit den links geht noch geht nicht sie sind hier oh ja ernsthaft ein bisschen und was haben wir hier transport fehlfunktion blablabla blablabla zeppelin inaktiv status keine ahnung status keine ahnung link verbindung link verbindung und es sind drei und die zahlen kommen mir auch bekannt vor link verbindung nicht herstellen das heißt müssen den link verbindung herstellen und dann hier funktioniert zeppelin antwortet aber leider nicht ich glaube die zwei sind gar nicht da nur der obere antriebsfehler okay wir müssen die verbindung auf den richtigen stellen und bei dem zwei ist ein minus das heißt es kann nur der sein oder Antenne Antenne hier stehen die Zahlen 49 ist bei Theta das heißt wir müssen nach Theta und zwar 49 stimmt schon aber jetzt natürlich genau am Anfang vom Video findet man wieder was raus das ist immer so toll läuft man ewig rum und dann nächste Aufnahme gleich am Anfang υbekannten sie habe ich mich da verlesen und es stand nur player detta Titel wo eine nachricht von struski gilt also The Zeps just keep losing their set roots. Bulgent did say that you could have fixed it on your side by redigging the antenna. I guess it doesn't matter now. Hello, are you coming? Nope, just me, Goye, and Krier. Akers is set up being a stubborn old man. Alright. See you soon, Brandon. Happy Evac. Peter, can you hear me? Uh, I hear you, Terry. I mean Mr. Akers, sir. I've changed my mind. I would like to come to Theta. Let Delta sleep. Of course, wow. Honestly, I didn't expect to hear from you again. So, it's been a long time since you checked in. Uh, we have a few Diaries. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier die Story nicht hundertprozentig verstehe. Mich kommen vor allem nur mit den Namen durcheinander. Ich weiß überhaupt nicht, wer hier wer ist. Der, äh, Thierry Akers und die Amy und der Karl und... ...die Catherine und ich und... ...ja, ja. Aber das ist natürlich gar nicht schlimm. Denn die Person, die wir hier spielen, die weiß ja eigentlich auch von nichts. Aber jetzt müssen wir den Link erstmal umstellen. Und ich bin hier immer dran vorbeigegangen und hab das nie gefunden. Sag mal, gibt's das? Ah, manchmal ist es schon wirklich fast fremdschämend. Wobei ich so oft bin, glaube ich, gar nicht vorbeigegangen. Weil wir im letzten Fall gleich gesagt haben, von hier rechts ist doch dieses Ding, oder? Das ist das Link-Einstell-Teil. Das finde ich jetzt schon wieder nicht, oder? Nee, hier ist es nicht. Hier lang? Oh Gott, ich find's schon wieder nicht. Wo haben wir denn den Kontrollraum? Ist das der Kontrollraum oder der andere Raum? Nee, Moment. Da irgendwo. Ich weiß es echt nicht mehr. Doch, da ist es ja. Mhm. Also. Hey, try the other one. It's not working. Nee, die Nummer... Welche Nummer war's? Doch, es war die Nummer 5. Link-Verbindung hergestellt. Vorsichtig, Brand. Und? Der heißt nicht, Brand. Der heißt Patrick. Das ist okay, oder? Ja. Das wird gut sein. Gut. Passt. Brand, kommst du eigentlich mit, wenn ich dann Zeppelin fahre? Bitte. Ich will nicht allein sein. Ich hab so so ein Omnitool, wo eine Frau drin wohnt, aber... Da ist mir so ein Roboter schon lieber, der hier rumfahren kann. Zeppelin. Echo. 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 Aktiv. Ankommend. Okay, dann. Wo ist die Landeplattform? Hier. Ist das hier die Landeplattform? Ist das hier die Landeplattform? Hm. Wenn ja, dann ist Patrick in Gefahr? Nee. Da ist die Landeplattform, oder? Ja. Das sieht sehr interessant aus. Ich hoffe, da drin sind keine Viecher. Und wir verschwenden den ganzen letzten Part, damit irgendwelche Kacksachen zu machen. Ich glaub's nicht. Ah. Fast wie ein Heißluftballon. Oh, 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 Omnitool. Oh. Okay. Die Kade. Das ist so wichtig, dass wir die Aus훈frau nicht auszuredenken. Wo sind wir jetzt? Delta, in etwa das du gesagt hast, vor dem ersten Versuch. Oh, richtig. Natürlich. Ist das ein Zeppelin? Wichtig. Du denkst, du kannst uns dort kommen? Das ist ein Transport. Sie benutzen die Materialien zwischen den Seiten, was die aber zu groß ist. Ich glaube, Sie können uns diesbezuladen. Was? Na toll. Nein, ich bringe Fettlich nicht um. Äh... Die Frau sagt nur ein Roboter? Ich glaub's nicht. Wollte ich auch was sagen. Geh den Stunbaton aus der Box, die ich öffnete und holt einen Roboter mit einem Werkzeugkasten. Wo ist der Werkzeugkasten? Hier. Keine Ahnung, wo ist... doch... Ja. Alter, das sieht ja mal geil aus. Ich sag's euch, ich bring Patrick nicht um. Ich bring... ich bring Konrad um. Konrad ist der Fette. Nein, ich bring die Idee um, Patrick. Keine Angst. Das tut man nicht. Konrad... Nee, das tue ich nicht. Ich bin ein böser... ne, kein böser Junge. Da. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das sieht okay, oder? Ja, das wird das machen. Nein, Patrick geht weg. Ja, ich brauch nur noch ein paar mehr. Ja. Es tut mir leid, Konrad. Echt lustig hier grad, aber es ist wirklich gemein. Das wollte ich nicht. Hope this works. Wollte ich wirklich nicht. Aber Patrick lebt noch. Hallöchen. Ich hätte ja auch Sie umbringen können. Ja, wobei der Wegzieht schwer kaputt ist. Danke, Simon. Don't be mad, okay? Wir really needed that ship. We'd be stuck here. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. Überlebende Stärken. Ganz einfach. I mean, it was delusional, but he seemed sincere. Present? Yeah, well, I'm sure it's fun. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Did we cover this already? Echt, sind wir ein Roboter? Ich weiß nicht, seit ich in Absalon wach bin. Just keep suppressing it. Like, my brain doesn't want me to think about it. It's really hard. Ich dachte, wir sind ein schwimmender Tauchanzug. Yeah. Could you maybe hit that switch over there, so we can move? Oh, sure. Aber wir sind wenigstens einer, der noch gehen kann. Huh. Sieht's gemütlich aus. Start. Und lasst uns doch jetzt bitte mal ankommen. Vor allem das Schlimmste ist, finde ich. Wir haben ja bisher schon viele Nachrichten gehört. Und viele davon kamen aus Teta und die waren nicht gerade positiv. Also. Sind wir mal gespannt. Und ich, weil ich vergessen habe, den Timer zu stellen, mache ich an der Stelle jetzt mal einen Cut. Und da sind wir auch schon wieder. Und das waren wieder Gehirne. Das heißt, es lädt irgendwas. Die Ladevorgänge bei dem Spiel sind eh ewig lang immer. Ja. Die, die ihr nicht zu sehen bekommt. Die vor dem Spiel, praktisch. Ja. Toll. Der Dunbat ist dieses Fahrzeug, das allen, das jeden Druck standhalten kann, glaube ich, war das. Juhu. Ja. Ich dachte, wir sind bloß ein Tauberanzug. Also, wir sind ja nur ein Tauberanzug. Also, es sagte sie mal. Aber dass wir da auch kein Mensch mit mehr drin sind. Das heißt, dann muss ja sie gar kein Mensch mehr werden. Hm. Ja. 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 Ich werde das Omni-Tool. Als immer, nicht vergessen, dass ich mich mit dir nehmen. Kath, bevor du gehen, die Artificial Intelligence, die du erwähnt hast, in der Esquite Vessel? Ja. Die Warden Unit, die Wow. Ist das die Wow's fault, dass wir so sind? Ich meine, es scheint, wie etwas ein Unreliable AI würde machen. Ich glaube, es hat die Ball in motion, aber es ist nicht mit der Grund. Es ist wirklich kompliziert, um zu erklären, wie die Schmerzen denken, Simon. Concentrate auf das Entfernen, okay? Okay. Sieh es hier. Sind wir jetzt da? Sieh es hier. 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 Ich wollte, dass ich Sie wissen, dass ich weiß. Sie haben nicht blinde mich aus der Herd rausgebracht. Die langen Wälder der Delta auf die Flasche oder einen Untertoll, der dich in eine Flasche zieht. Es ist ein schönes Ding. Ich werde nicht selbst sein. Ich werde mir helfen. Sieh sie in. Sieh sie in. Sieh sie schlafen. Sie auch finden Frieden im Universum der Wow. Sieh sie. Ich weiß nicht, ob die Nachrichten ans Gericht zu tun werden. Wegen Menschen. Jetzt sind wir in Teter. Ich glaube nicht, dass das unbedingt ganz schön wird. aber lassen wir uns mal überraschen ein Irrgarten für mich ist die ganze Welt hier ein Irrgarten aber mir hat Patrick eigentlich mitgenommen Nö Opin Opin nicht Opin Ok Hier auch nix Einsprung da muss drüben etwas sein Zeppelin, hallo Zeppelin Ah, hab kurz nicht hingeguckt Was ist das? Seht aus wie ein Sarg Könnte man sich jetzt denken, dass das Seegras sehr schlecht animiert ist, aber ich glaube das ist wirklich so, dass das nur so zweidimensional ist Knie beugen Ne, wo geht es denn hin Sprung Hier vorbei Hier vorbei Hier könnte irgendwas sein Hier könnte irgendwas sein Dann gehe ich halt außenrum Es leuchtet da hinten Badum Oh, ein Funkgerecht Oh, ein Funkgerecht Was ist das Was ist das Was ist das Was ist das Aber Du solltest für dich Sagt er, lässt er dich gerade über unsere Kathrine ab? Also wirklich? Strassky-Teter. Der Zaun ist auch ganz logisch hier, wenn man hier nicht vorbeikommt. Oh, balancieren. Schade. Ich glaube, das ist die Tür. So, wohin denn drehen? Der blöde Deckel hier. Hallo. Oder hier, das hier. Ja, was denn jetzt? Nein, nicht springen. Jetzt habe ich es raus. Nee, ich hoffe es doch nicht raus. Ah. Katusch. Sesam, öffne dich. Oh, da ist ja noch eine Tür. Ich habe nicht noch öffnen, klicken müssen. Taschenlampe bringt auch wahnsinnig viel. Oh, ein Omnitool-Gerät. Zugriff gewährt. Das Dunbad. Ist es schon da, das Dunbad? Wow. Achso, das ist nur Wasser. Ich dachte, hier wird es gerade. Hier stürzt es gerade mal raus. Das ist nichts Gutes. Das weiß ich jetzt schon. Ja, ich kann mich noch nicht bewegen. Ah, jetzt. Ich weiß nicht. Hoffentlich ist der Alpha Kevin hier nirgends. Hallo? Ist jemand da? Well, Catherine, we found data. Haben wir diese Gehirne? Feuerlöscher, ich liebe Feuerlöscher. Oh. Mein Akku ist leer. Einen Moment kurz. Ich muss schnell das Micro-USB-Kabel anschließen. So, da sind wir auch schon wieder. Die man schön erkennen kann. Auch nichts. Nicht, dass ich nochmal sowas übersehe. Oh. Überall Kameras. Da kommt 100 pro mal wieder so ein Alpha Kevin. Das ist schon der Tausend-Räugler. Geht's hier durch? Ich hoffe nicht, denn weniger Gänge sind weniger Gänge. Omnitool. Verweigert. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, dass jemand nicht will, dass wir durchgehen. Nicht gut. Wie kommen wir denn? Ah, natürlich. Natürlich. Sorry, sorry. Ich weiß schon. Feuerlöscher. Ja. 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 Ich wollte eigentlich durchwerfen, aber so geht's auch. Oh, Timer läutet. Kurz Cut machen muss ich. Und weiter geht's. In den Schränken ist auch nie irgendwas drin, oder? Was man gebrauchen kann. Verstecken kann man sich auch nicht. Putzlos also. Hm? Wir sind hier? Wir sind hier? Okay, great. Time zu verhüren uns als Submarine. Da wird nichts verhüren uns, wenn wir die Dumbat. Ihr habt bestimmt viele Maschinen und Fahrzeugen hier. Was macht das so speziell? Das ist der einzige Transport, der kann in den Abyss gehen, ohne zu schrauben, wie ein Schrauben zu schrauben. Wenn das eine von einer Art ist, dann wie sie den Abyss auf den Abyss in den ersten Platz haben haben? Das ist eine gute Frage. Oh ja, ein 3D-Föhn, weißt du? Boah, das ist aber toll. Just thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's, it's, it's heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Oh, damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's, hmm, it's quarantined. Hold on. What? Wir brauchen eine Sicherheitsseipher. Wie gut ist es? Es ist, dass wir diese Dinge nicht unterbrechen schreiben. Vielleicht ist jemand noch dabei, der uns erzählt, was es ist. Ja, sicher, wir gehen mit dem. Ich werde nur die anderen Türen für dich unlocken, damit du die Station erforschen kannst. So, erstmal ein wenig erkunden und dann gefasst machen auf den Alpha Kevin. Was ist das? Licht, also. Geht's hier? Ich müsste mal ein Geschäft verrichten. Jetzt müssen wir auch da unten durchkommen. Nee. Ich dachte, die Tür könnte sie uns vielleicht auch öffnen. Was war das? Aber die Tür. Oh ja, ein Handfresser. Weiter kommt aber bisher noch nicht als soweit. Ich weiß nicht. Du bist aber egal. Du bist nicht. Mir hilft es sich zu fokussieren. Das ist... Ich meine, das ist der wow. Du bist aufzunehmen? Ich brauche es, okay? Ich brauch es. Ich hätte es nicht, okay? Ich hätte es nicht so weit weg. Ich hätte es nicht rechtfertigt. Ich hätte es nicht weiter, sondern wir gehen. Es sieht nicht so aus, es sieht wirklich nicht so aus. Erstmal hier. Ich sehe schon kommen, dass jetzt gleich der Alpha Kevin wieder da ist. Die Musik allein schon. Da vorne ist gelb, das heißt, es geht durch. Da ist rot, das heißt... Es geht nicht durch. Wahrscheinlich Lambda oder Omicron? Wir haben schon Lambda gesehen. Also vielleicht Omicron. Ein Pilotensitz. Oh. Ich warte noch, bis sie fertig gesprochen hat. Keine Verwaltung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie sich in den Routen unter dem Computerraum zurück. Er so, den Computer zurücksetzen, äh, den Router zurücksetzen im Computerraum. Oder den Wartungsdienst natürlich, wenn es ein Wartungsdienst gäbe, das wäre natürlich super. Aber es gibt keinen Wartungsdienst. Also, in den unteren Computerraum, den Router zurücksetzen. Hier wird dann praktisch das Gehirn in diesen Ding da versetzt. Sehen wir auch so aus? Oh, ich weiß es nicht. Ah, ich sehe. Was? Check the terminal. I just want to make sure. Terminal? Ich weiß... Oh, da hatten wir schon, können wir hier. Gerrette und Munchie. Jetzt sehe ich es erst. David Munchie? Wie hat das... Was ist das? Gestorben, 2078, kanadisch, ergibt Sinn. Gerrette. Jetzt wird es spannend. Die... Kath, was ist das? Warum hast du ein Bild von mir? Du bist einer von Dr. Munchie's Templates. Ein Legasyscan. 31. Juli... Was? Gestorben? Ah, ich glaube, die dachten, dass wir gestorben sind. Zu der Zeit. Aber wir leben noch. Und ich würde mir gerne das Audio auftechnen und anhören hier, also... Post-scannen. Paul und ich werden einen Test für eine Woche oder so fahren, und dann werden wir eine Roadmap für Ihre Rehabilitation. Well, ich fühle mich auf. 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 Was hat er am Ende gesagt? Ich muss noch mal anhören. Sorry. Okay, das ist es. Wow. Das war Spaß. Das ist ein Relief. Ich bin immer noch das herausfinden, also... Es ist freaky. So viele Lichter. Was machen wir jetzt? Paul und ich werden einen Test für eine Woche oder so fahren, und dann werden wir eine Roadmap für Ihre Rehabilitation machen. Well, ich fühle mich auf. 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 Wir haben alles herausgearbeitet. Alles ist legal. Dr. Peek und Professor Wei. Ah, das ist großartige Nachrichten. Kein großer Veränderung in Medikation. Du wirst ein Aspirin-Product-Lasement nehmen. Aber das ist es. Ich habe eine Diät mit ein Variations-Variationen, die du solltesten. Du kannst die Physiktherapie weiterentwickeln. Auch da gibt es ein extra Cardio-Trainings jeden Tag. Okay. Es wird kompliziert. Keine Worte. Es ist wirklich nicht. Wir werden einen Augenblick auf dich jede Woche halten. Wir werden den Plan aufpassen, wenn es notwendig ist. Okay. Und die letzte? Da sind wir gestorben. Ich wünsche mir, dass es sich anders aussehen hat. Ja, ich auch. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Jetzt verstehe ich das so ungefähr. Die Frage ist, am Anfang mit dem Unfall, war der Unfall bloß ein Traum oder war der davor oder war der nach dem Scan oder irgendwie? Okay. Hier haben wir praktisch gesagt, das ist ja der Tag an dem wir sterben. Und da haben wir gesagt, ja, sie haben mein Gehirn in Dateiform und praktisch als letzte Maßnahme werden wir dann in ein Roboter gehirnt. So ergibt das für mich Sinn. So ergibt das für mich Sinn. Es ist eine sehr frohe, dass ich in diesem Studio habe dann auf den Ring. Es wird ja sovielfassen, wie das Publikum bieten. Es ist eine sehr höhere Ansgarate, die nicht mehr als Legacies benutzen, aber ich bin hier drin, dass die Gräte verdienen. Und das ist ja so, dass meine Gehirnskatu aus dem System hinein verschonen. Und es ist in diesem Moment wobei die Überzeugung ist? Interessant hört sich das an, wirklich. Also, da wird schon mal wirklich sehr viel offenbart. Und, hier geht's nicht rein. Hier noch. Aber, ein Blick auf die Uhr verrät, dass wir schon wieder zeitlich am Ende sind. Darum bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zusehen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Ciao! Bis zum nächsten Mal.